Liebe Schalker Familien, liebe Schalker Familien, seit heute Nachmittag erreicht uns die Nachricht vom Tod unseres Rudis. Wir alle wissen, ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Rudi ist der AGZ, ist der AGZ heute. Wir alle wussten über den und um den Gesundheitszustand von Rudi. Und vielleicht ist es sogar, so schwer wie es ist, eine Lösung für ihn. Eins weiß ich ganz genau und er hat mich 1994 nach Schalke geholt. Das, was ich Rudi für heute, diesem so wichtigen Tag, am allermeisten wünschen würde, wäre ein gutes Fußballspiel. Und das möchten wir Schalker Familien ihm heute geben. Lieber Rudi, Lieber Rudi, wir sind alle unendlich traurig und wir werden dich nie vergessen. Und ich bitte euch jetzt alle, aufzustehen für eine Gedenkenminute. Herzlichen Dank und Glück auf. Dankeschön. 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 Dankeschön.